Äh, das EDA-Szenario werde ich nicht mehr durchspielen. Wenn das einer unbedingt jetzt von den Twitch-Schußhauern sehen will, dann soll er auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da hatte ich das Szenario ja schon, glaube ich, zweimal sogar. Wir werden nach dem Teil, äh, wird es beim nächsten Mal dann gleich weitergehen mit Resi 5. American Prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood-Movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. Ja, Raketenwürfer, ne? Weil letztendlich, äh, ich glaube, wenn man jetzt Raketenwürfer gekauft hätte... Ja, man müsste jetzt die Augen, äh, treffen an der Beine, ne? Oder am Kopf. Ja, kein Entkommen. So, wir gehen aber... ...hier hin. Ah, ist leicht. So. Ja, war leider zu spät. Ahaha. Na und? Mir doch egal. Äh, wo hat er mich hingeschmissen? Ach, hier vorne wieder hin? Echt jetzt? Bist er wohl nicht mehr ganz ticci. So, hier kriegen wir noch ein grünes Kraut. Ja, komm her. Ey. Komm her. Alles klar, mein Junge. Wir wollen mal nichts riskieren. Ich lasse mich hier ganz schön auf die Fresse hauen. Aber ich will ihnen... ...hier eine mitgeben. Ich lasse mich nach... Untertitelung des ZDF, 2020